Was denn, was denn? Eintreffende Nachricht von meiner Kolonie. Oh Gott, wir werden wieder angegriffen. Na gut. Tja, mein Freund, das hättest du wohl echt gerne gehabt, aber das kannst du sowas von knicken. Hilf, hey, ich will eine Alliiertenreparatur durchführen. Alliiertenreparatur. So, jetzt geht es euch allen wieder super. Puh, wer wird denn angegriffen? Die dort werden angegriffen, auf Kartus. Die haben Probleme, da herrscht auch gerade Krieg. Und die werden angegriffen. Ja, ich muss mich aber erst mal um meine eigenen kümmern. Sonst habe ich da ein paar Problemchen, oh, dass es sogar zu weit weg war. Dann reisen wir erst mal hier hin und anschließend hier hin. Was haben die denn jetzt wieder erobert? Brass haben die sich gekreilt. Flattermänner, aha. Ich mache jetzt mal die Geiger fertig und dann gehen wir auf die Flattermänner auf, weil... So läuft das nicht. So, ihr wollt mir also die Stirn bieten, ne? Das sehe ich ein bisschen anders. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Jetzt wollen wir die auch noch verfolgen hier. Wie viele Schiffe die auch haben müssen, ne? So, verreckt mal schön. So, einmal zack. Dann mal schnell die hier fertig machen. Stirb, stirb, stirb und verrecke gleich dreimal. So, hier haben wir die nächsten. So, sehr schön. Ach, wir können den Sammelruf ja übrigens nehmen, ne? Einsetzen, wenn ich so überlege. So, ebenfalls kaputt. Wollen wir noch welche? Hier haben wir noch welche, die gerade abhauen wollen. Oh, 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 oh. Da möchte sich einer auf meine Stadt zu schaffen machen. Das kannst du auch vergessen, mein Freund. Das kannst du auch knicken. Ah, wo ist denn hier noch einer? Das kannst du auch sowas von vergessen. So, wen haben wir noch hier? Hier hinten haben wir noch so eine kleine Truppe, die es einfach nicht lernen kann. Ach ne, aber sogar nur einen, glaube ich. Aber das ist eine Truppe, ne? Jo, mit ausschwärmenden Schiffchen. Du kannst mich mal! Verreckt alle, alle! So, und du hast recht. Verrecken, verrecken, verrecken. Und den nächsten noch schnell, damit ich Ruhe habe. Verrecke! Wo haben wir ihn denn hier? Wir haben noch so eine Flotte, ne? Jo, genau. So, ihr kleinen Flatterviecher, ne? Ihr meint wirklich, dass ihr so lustig seid und hier einen auf Bund machen könnt. Das bezweifelt nicht, aber... So, einmal verrecken. Nochmal verrecken. Und nochmal verrecken. So, haben wir noch wen? Ach, tatsächlich. Hier schwirrt noch ein kleiner Blinderpassager rum. Na ja, denn... Gehen wir doch mal begrüßen. Aber das sind Einzelne, ne? Genau, die Schiffe sind schon ausgeschwärmt. So, komm mal ran, mein Freund. Das funktioniert ja hier nicht. Danke. So. Das hätten wir. 8000 zahlt die mir, ist mir aber zu wenig. Dann wollen wir mal jetzt mal Geld einsammeln. So, hier hätten wir einmal ein bisschen Kohle. Komm, gib her. Kohle brauchen wir nämlich immer. Immer. So, hier haben wir auch gleich noch zwei Stück. Zack, 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 zack. Sehr schön. Dann hatten wir hier noch ein bisschen Kohle. Zack, dann hier nochmal. Und zack, und dann dort nochmal. Zoom, 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 zoom. Diese Zoom dauert echt so endlos lange. So, jetzt gab es irgendwo hier hinten noch Geld. Ich vermute in der Stadt, ne? Genau, hier hinten. Alles klar. So, gab es hier noch was? Oh, hier gab es anscheinend irgendwo sogar noch Kohle. Okay. Oh, gab es da hinten nicht gerade Kohle? Ne, 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 es war ein Geysier. So, wo gibt es denn hier noch? Aha, hier ist noch Kohle. Gib mal her, was Geld. Wie viel haben wir denn wieder? 200.000. So, das müsste es hier auch gewesen sein. Alle tutti frutti. So, düsen wir mal weg. Das haben wir erfolgreich verteidigt. Und ich weiß, um den Fliegenschiss kümmern wir uns später. Ich will erst die hier oben ein bisschen fertig machen. Spawner befiehlt uns Unglaubliche zu vernichten. Ab jetzt herrscht Krieg. Oh, 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 oh. Ich muss gestehen. Ich finde es irgendwie voll putzig, dass die echt glauben, mich fertig machen zu können. Aber jetzt nicht. Jetzt gehe ich richtig aufs Ganze. So, einmal bitte aufladen. Vielen Dank, meine Freunde. Und dann bin ich dafür, dass wir jetzt voll krass korrekt uns noch einen Planeten aneignen. So, irgendeinen hier haben wir uns ja schon gekrallt. Ich weiß gar nicht, wer welcher das war. Irgendeiner war es hier auf jeden Fall. Irgendeinen hatten wir uns doch hier angeeignet. Ich weiß echt nicht, wer welcher das war. Naja. So, hier hätten wir noch einen. Oh, Lenny. Ich glaube, um den drehte sich sogar irgendwann schon mal was. Uns geht relativ gut. Also würde ich sagen, Low Skates! Freunde! Lass uns mal ein wenig spielen! Aber ich finde es immer wieder toll. So, und dann Protect... Oh, sind die guten? Wo sind hier die Bösen? Da, Protektoren. So, haben wir hier noch ein paar Kollegen, die uns ärgern wollen? Natürlich hier hinten. Lass uns doch mal hindüsen. Gleich begrüßen und zerstören. Ist doch alles gut hier. So, mein Freund. Da bist du. Hey, kommst du zu mir? Das ist aber lieb von dir. Und dann darfst du auch gleich sterben, weil du zu mir gekommen bist. Oh, da kommen noch welche. Fürchte ich. Ne, da kommt gerade einer auf uns zu. Hi! Willst du jetzt auch sterben? Okay. Haben wir noch irgendwo einen, eventuell? Ja, hier oben haben wir noch einen. Zu dir komme ich auch echt sehr, sehr gerne. Einfach nur, um dir zu zeigen, wer der Boss ist. So. Komm mal her! Hi, hi, hi und hi! So, holen wir uns das Geld, anschließend den Planeten und dann ist alles tutti-frutti. So, Fluss 14.000. Damit lässt sich es auf jeden Fall leben. Dann gab es hier hinten irgendwo ja noch Geld, ne? Irgendwo hier hinten war ja auch noch ein bisschen Mani. Wo denn? Irgendwo hier in die Richtung, glaube ich. Will er mir sagen. Ach, da unten. Ach, da unten in der Ritze. In der Ritze. So, gut. Dann haben wir hier unser ganzes Geld und dann holen wir uns mal... Ach, das ist am nächstgelegenen. Holen wir uns doch mal das Städtchen. Nehmen wir da. Nehmen wir einfach den Megaimpuls. Den finde ich, ist der einfach am besten. So, einmal zoomen. Nochmal machen. Zack, schon ergeben die sich. Ne? Genau. Traumhaft. Und dann holen wir uns gleich mal die nächsten Kollegen. Hihi. Guck mal, der Planet sieht auch sehr lustig aus, ne? Alles so ein bisschen eckig, aber hübsch hat was. So, Hallöchen und Hallöchen und dann gib mal den Planeten her. Gib her, gib her, gib her. Gib her, gib her, gib her. La, 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 la. Alles meins, 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 meins. Ich finde es echt super. So. Dann gibt es jetzt hier nichts mehr, aber dann können wir jetzt auch erstmal hier ein bisschen aufforsten. Und zwar würde ich vorschlagen, wir machen Unterhaltung mal hier hin. Anschließend vielleicht noch eine Fabrik. Oh, jetzt geht es hier aber sehr, sehr schlecht. Dann bauen wir ein paar Häuser. Geht es hier dann besser mit Häusern? Weiß ich so gar nicht. Ich glaube nicht wirklich, ne? Dann setzen wir noch ein paar Unterhaltungsgebäude hin, sonst kriegen wir hier noch Stress mit denen. So. Ich hätte eigentlich noch gerne noch eine Fabrik hier hinten. Ist ein bisschen viel, aber pfff. So. Ein Dings und noch ein Dings und das reicht dann. So. Sehr schön. Die andere Stadt geben wir vorläufig mal auf. Beziehungsweise nein, die ist einfach nicht ganz so ertragreich, finde ich, für uns. So. Ich wollte mal kurz nach hier und dann wieder zurück, um das Ganze zu kriegen, was ich brauche. Uns geht es immer noch gut. Das heißt, wir können uns auch gleich um den zweiten Stern kümmern. So. Guck mal, wie das Reich schrumpft und schrumpft und schrumpft. So, was tun wir uns denn jetzt? Der ist nicht, der nicht, der nicht. Der auch nicht. Da ist irgendein Volk. Oh, hier wären wir auf Kammerseus. Gehen wir doch mal hin und holen uns den. Hi, Kammerseus. Wie sieht's aus? Ach Gottchen. Also, deren Untergang ist, glaube ich, wirklich schon besiegelt. Da geht nicht mehr viel. Da haben sie es echt geschafft, das Ganze einfach mal zu erledigen. Da gibt's einfach nicht mehr viel zu machen für die Leute. Das ist einfach wirklich schon unmöglich. So. Hier haben wir noch einen Kollegen. Oh, warte. Da ist auch gleich einer. Hi. Oh, jetzt laufen wir auch noch vor dem Weg. Oh, das war jetzt nicht so. Naja. Woran? Er hat von Piraten geblendert. Oh, nee, ne? Ach, der will hoch. So, komm mal her hier. Komm mal ran. Komm mal ran. So, kaputt. Ihr habt nur eine Kolonie hier. Das ist doch schon mal gut. Mach mal. Zack. Hey. Zerstören, bitte. Zack. Und zack. Oh, jetzt haben wir es auch ganz zerstört. Naja. War jetzt nicht ganz so vorgesehen, aber na gut. Ich hole mir jetzt auch nur das Geld, weil das meistens sehr, sehr viel Geld ist. So. Ja, das restliche Geld ist mir gerade egal, weil so ein Planet mit Gewitterwolken, der ist mir echt... Da kriege ich echt Angst. So. Feindliche UFOs greifen meinen Planeten Astrudens an. Und zwar die Piraten. Na denn. Piraten. Wo seid ihr denn? Da. Aha. Na dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hin und retten uns vor den Piraten, weil die können uns sowieso nichts. Das steht schon mal fest. Also die können uns eh nichts. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Ich zittere schon wieder. Ich weiß aber gar nicht genau, warum. So. Da wollen sie wieder hin. Natürlich. Ist ja ganz logisch. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Drecksviecher? Ihr kleinen Piraten. Ihr kleinen Piraten. Also kann ich die nicht angreifen, sag mal. So. Einmal zerstören. Ach guck mal, die fliegen auch noch, wa? So. Haben wir noch welche? Ja, Mensch. Da hinten kommt sogar direkt noch der nächste. Muss ich ihn hin. Warte, ich drehe mich gerade. Da kommt einer. Na den. Hallöchen. Dann verrät mal schön. Verfolgen und töten. So. Geschafft. Die Piraten sind gestorben. Das war eine blöde Idee, mich angreifen zu wollen. Mich, den Meister. Mich, den Superhero. Den unschlagbaren. Ja, ich übertreibe ein bisschen, aber pschsch. Die weiß keiner. So, dann gibt es da hinten auch noch ein bisschen Geld. Ja, wir haben schon wieder 132.000. Das ist doch schön. So. Ach, noch mehr sogar. Oder? Nee. Hallo, Hallöchen. Ich habe euch gern gerettet. Handeln. Tut ihr mir irgendwas gut? Geld zahlen? Naja, für die Blauen habe ich auch schon mehr gesehen. So. Gut. Dann würde ich sagen. Holen wir uns doch direkt mal. Oder düsen wir erstmal kurz nach Hause, laden uns auf und holen uns dann gleich mal den nächsten Golga-Planeten. Hihihihi. Ich finde es ja echt so super, dass wir da ganz kackdreist ein Planet nach dem anderen unter unsere Fittiche nehmen. Finde ich super. Finde ich richtig, richtig super. So. Lasst uns nochmal hier hingehen und begrüßen. Anschließend gehen wir natürlich nur zu unseren Verbündeten. Und dann haben wir hier noch wen. Den greifen wir auch gleich an. So. Hallöchen, Hallöchen. 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 Ich würde gerne mal Hallo sagen, ne? So ganz spontan. So. Mega-Proton-Rakete, ne? Dann kommt mal her. Ich nehme meinen Sammelruf wieder und ich nehme den Schild und dann... Kommt mal her, Freunde. Wo sind denn meine feindlichen Freunde? Ach, die versuchen ihre kleine Stadt da zu retten. Och Gottchen. Dann probieren wir es zu retten. Übrigens glaube ich sogar, dass hier oben mal das Marderreich sehr aktiv war. Und das haben die einfach ausgelöscht. So. Einmal sterben. Dann nochmal sterben. War's das hier schon? Ne? An Schiffen schon. Na, Mensch. Wow, 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 wow. So, aber nur nicht, ne? Also einen Verteidigungsposten kannst du auch knicken, mein Freund. So, der wäre kaputt. Ich hätte jetzt nämlich gerne das Zeug hier. Und die greifen gerade die Stadt an. Das ist ein Wunder. Das ging aber flott. So. Gib mal her. Danke. Ah, Leute. So kann es echt in Ruhe weitergehen. In Ruhe kann es so weitergehen. Ich habe damit gar kein Problem. Den Planeten einfach mal so aufzunehmen in meine Sammlung ist kein Ding. Mach ich gerne. So. Zwei nehme ich mir zum Schutz. Und dann hier nochmal. Und noch ein Häusle. Aber leider auch eine Fabrik. Die hassen ja Arbeiten, aber das ist mir sowas von egal. Und dann gibt es auch keinen Terrascore mehr. Das ist ja ein Traum. Naja, was sollst du. So, dann fördern wir hier auch wenigstens ein paar Gewürze. So, wie geht es uns? Immer noch ziemlich gut. Na dann würde ich sagen, holen wir uns doch gleich mal den nächsten Planeten. Ich muss ja mal gucken, wie es uns so geht. Und es sieht aus wie die Mickey Mouse Form, oder? Hier ein Ohr, hier ein Ohr und hier das Gesicht. Mickey Mouse in Rot. Okay. Mickey Mouse Red. Oh, super. So, wo haben wir denn hier noch einen? Oh. Oh. Feindliche Unfos greifen uns an. Jetzt schon? Oh. Wer denn? Bestimmt die Golga, wa? Die wollen euch zurückhaben. Oh. Ha, ha, ha. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, du. Mega Proton-Rakete. So, Sammelruf hier nehmen. Und wer ist es? Tatsächlich die Golga. Ach, Mensch. Die kommen aber schnell zum Zuge, du. Die waren echt schnell unterwegs jetzt hier. So, komm, du kannst mich. Du ebenfalls. Du ebenfalls. Jetzt mache ich euch fertig. Stört mal, stört mal, stört mal. Führen uns hier hinten mal die nächsten. Oh. Oh, wir wollen hier gerade schon ein bisschen angreifen. Das Ganze aber auch vergessen. So, bitte sterben, bitte sterben, bitte sterben. Haben wir hier noch ein kleines Rudel von Viechern. Sterben, sterben, sterben. Ist hier noch einer. Sterben. Und dann stirbst du noch schnell. Stirb mal, Flott. Ey, komm, stirb mal. Und dann hätten wir hier noch ein kleines Rudel. Können wir auch mal begrüßen hier. Stirb mal, stirb mal, stirb mal, stirb mal. Und jetzt du. Jetzt musst du dran glauben, du großes, komisches Mutterschiff. Und dann haben wir hier noch eine kleine Flotte, die glaubt, meine Stadt angreifen zu wollen. Aber das können die wir Trost vergessen. So, du leidest. Du leidest. Und du leidest. Und das Schiff ist auch tot. Na, das geht doch. Dankeschön, bitteschön. So, jetzt, äh, für Gewürze zahlt ihr aber ziemlich beschissen. So, holen wir uns mal das ganze Geld. Mal hier schon mal zwei Stück. So, ich hab den Planeten echt gerade aufgebaut. Und schon meinen die hier einen auf Macker machen zu müssen. Ist auch unglaublich, oder? Ist echt unverschämt, eigentlich. Den Planeten gerade erst erobert. Also ein bisschen Eingewöhnungszeit sollten die ihm ja auch geben, ne? Ich mein, das ist ja eigentlich nur fair. Oh, ich rede schon wieder Unsinn, aber egal. Dafür liebt ihr mich ja, ne, dass ich Unsinn rede. Gab's noch was? Ja, in der Tat. Wo denn? Da hinten? Da hinten auf dem Planeten irgendwo, okay. Oh. Hat dagegen geflogen hier. So, wo haben wir denn hier was? Wo war denn was? Wo denn? Vor uns? Direkt vor uns? Ach, tatsächlich, hier unten. Wahrscheinlich da, wo wir gelandet sind. So. 139.000 kann man auch mitleben. So, sehr schön. Wie geht's uns jetzt? Immer noch ziemlich gut, finde ich. So, also eine Verteidigung. Naja, gut. So. Was war denn das? Ach, das war Nico, okay. So, wie sieht's aus? Wollen wir die, wollen wir Mickey Mouse Wunderhaus mal sprengen? Ich glaube, das tun wir mal. So, wo haben wir denn hier ein Wunderhaus? Eins müsste ja hier irgendwo liegen, glaube ich. Oder auch nicht. Alter, wir wissen ja gar nicht, welcher Stern jetzt hier wem gehört. Ach, guck mal einer an. Der Stern gehört denen. Na, den wollen wir doch mal gleich Hallo sagen gehen. Wir waren doch gar nicht so weit oben, ne? Noch nie. Nicht schlecht. So, der Stern gehört denen. Dann wollen wir doch mal gleich Hallo sagen. Wir werden begrüßt von einem komischen Kollegen hier, der sowieso jetzt stirbt. So, haben wir noch welche. Ach, direkt schon bei der Stadt. Na, dann lass uns doch gleich mal zur Stadt gehen. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Verrecke, Verrecke, Verrecke. So, haben wir noch einen. Verrecke, Verrecke, Verrecke. So, und dann machen wir mal schnell die Stadt fertig. Nehmen wir doch mal einen Megaimpuls. Zack. Oh, ich kann das noch gar nicht. So, jetzt. Zack. Und Leute, macht sich fertig. Oh, jetzt haben wir es ganz fertig gemacht. Ach, Mensch. Oh, ja. Na ja. Schaden tut's nicht. So. Dann holen wir uns mal hier. Das Yield. 6000 hatten die nur auf dem Ding. Boah, ist das schwach. Hehehe. So, und dann düsen wir mal weiter. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auffüllen. Und zwar mich. Reparatur-Set brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich eher eine Energiezelle. Aber was ist das? Eine Mega. Lädt die Energie deines Raumschiffs vollständig auf. Ne, dann warte ich noch ein bisschen. Dann geht's uns ja immer noch genug. Gut genug. Gut genug. Untertitelung des ZDF, 2020